Wenn es um Frischprodukte geht, ist Goob besonders kritisch. Nur was ja durchgeheckt und gepflegt, mit viel Sonne verwöhnt und sorgfältig gepflückt worden ist, kommt auf schnellstem Weg in die mehr als 1300 Verkaufsstellen. Dass Sie morgen bei Goob kaufen können, was heute geerntet wird. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Goob 1 Liter Goob Sonnenblumenöl für nur 3,80 Euro. Und 3 Dosen Mondial Ananas für nur 1,80 Euro. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Goob Alphonse Lavalettrauben aus Spanien. Das Kilo für nur 1,80 Euro. Auf Wiedersehen! D потом, übermorgen und am Samstag Gelungen.